Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich bekomme hier keine Luft mehr. Ich habe solche Angst. Vor mir. Und vor den Dämonen. Ich besiege sie dieses Mal. Versprochen. So, wir machen das jetzt alles so, wie wenn die Mama da wäre. Ihr dürft auf keinen Verliebenden sagen, dass ihr allein seid. Sonst nehmen wir nur schweck. Ich habe eure Mama schon länger nicht mehr gesehen. Ich habe... Oh, mein Geheimniszeiger. Für jedes Abenteuer gibt es zwei. Sorgs, als ich zum Schlechten bin. Du hast du morgen, dass du kommst.